Nun wird es ein bisschen kniffliger. Wir haben hier einen zweistelligen Teiler. Da nehme ich mir diesen Text zur Hilfe und schreibe die ganze Reihe hier einmal auf. Die 25 Reihe. 25, 50, 75, 100. Das haben wir ja schön geübt. 125, 50, und bis zu 250. Nun kann ich hier wieder schauen. 163 ist die erste Zahl, die geht. Die 1 geht nicht, die 16 geht nicht, also muss es die 163 sein. Ich schaue nach, wo die 163 liegt. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Bis zu 150 kann ich also da hochgehen, schreibe die 150 hier hin. Das ist die nächste kleinere Zahl in der 25er Reihe. Ich schaue kurz nach, wie oft das durch 25 teilbar ist. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Ich habe deshalb die 6. Ich berechne die Differenz. 0 plus 24 gibt 3, 3. 5 plus 24 gibt 6, 1. Ich nehme die 2 dazu. Jetzt schaue ich wieder auf meinem Spick nach, welches die nächste Zahl ist, die unter 132 liegt. 25 bis 125 sollte das Problem gehen. Ich schreibe die 125 hin und kontrolliere die, ob das durch 25 geht. 1, 2, 3, 4, 5. Ich lasse die 5 hin und berechne die Differenz. 5 plus 24 gibt 2, das geht nicht. So rechne ich. 5 plus 24 gibt 12. Mache dafür hier eine 1. 5 plus 7 gibt 12. 1 plus 2 gibt 3. Plus 24 gibt 3, 0. 1 plus 24 gibt 1. Ebenfalls 0. Ich nehme die 5 dazu. Habe 75 und sehe, dass das hier in der Tabelle vorkommt. Gibt 75. Es geht 1, 2, 3 mal. Ich schreibe die 3 hin. Die Differenz beträgt natürlich jetzt 0. Voila.